Ich nade gern mir Gäste ein, man liebt bei mir rein. Man unterhält sich, wie man mag, oft bis zum hellen Tag. Verwundere ich mich stets dabei, dass man auch treibt und spricht. Wenn dieses Meer es wird, steht frei, denn ich bei Gäste nicht. Und sieh mir, wie es abührt, sich jemand hier bei mir. So pack ich ihn ganz ungeniert und werfe aus zur Tür. So pack ich ihn ganz ungeniert, werfe ihn aus zur Tür. Und fragen sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Sie ist mal bei mir so süß, schon gar so gut. Sie ist mal bei mir so süß, schon gar so gut. Wenn ich mit andern sitz beim Wein und Flasche um Flasche leer, Muss jeder mit mir durstig sein, sonst wird er grob im Ziel. Und schenke Glas und Glas ich ein, denn ich schicht wie der Spruch. Ich tue den Heid, ich will sie schreien, ich will nicht haben genug. Wer mir beim Trinken nicht pariert, sich ziert wie ein Tropf. Dem Wärme ich ganz ungeniert, die Flasche an den Kopf. Dem Wärme ich ganz ungeniert, die Flasche an den Kopf. Und fragen sie, ich bitte, warum ich das denn tue? Warum ich das denn tue? Sie ist mal bei mir so süß, schon gar so gut. Sie ist mal bei mir so süß, schon gar so gut. Sie ist mal bei mir so süß, schon gar so gut. Untertitelung des ZDF, 2020